Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Oktober. Nein, das ist nicht der 21. Oktober. Ich fange noch eins an. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. August 2024. Dominik Foisi und Markus Somm. Heute war der Bundesrat, aber bevor wir auf den Bundesrat sprechen, müssen wir natürlich auf den Hösi- oder den Anti-Hösi-Test sprechen. Der läuft seit gestern absolut. Wir werden überrennt mit Leuten, die das Gefühl haben, sie können bei uns beweisen, dass sie nicht Hösi sind. Ich muss sagen, es ist bis jetzt noch nicht so berauschend. Der Durchschnitt ist sechs Punkte, das reicht nicht. Sieben. Sieben ist der Punkt, den wir erreichen müssen, damit wir wirklich als Anti-Hösi gelten dürfen. Und das ist wichtig in der Schweiz, das sollte man wirklich, weil es wird, je länger, je mehr so sein, dass die Leute, die als Hösi bezeichnet werden, dass die vielleicht auch gar nicht mehr die Staatsbürgerschaft haben, dass die plötzlich entzogen werden. Nein, ernsthaft. Den Test müssen wir machen. Dominik, was sind deine Slides? Ja, auf dem Link, den ich unten reingehe, kann man auf die Website gehen und den Anti-Hösi-Test machen. Das sind insgesamt zehn Fragen, die man beantworten muss. Und eben zehn Punkte kann man machen. Sieben, dann ist man wirklich ein Anti-Hösi. Da sind wir eigentlich schon gnädig, muss ich sagen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat erst jemand zehn Punkte erreicht. Es ist auch nicht so einfach. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in einer Zeit sind, das braucht es schon ein bisschen Know-how, um ein richtiges Anti-Hösi zu sein. Es sind viele Fragen zu Politiker, die können auch genau lesen. Es gibt eine Frage, die habe ich auch ein bisschen gemerkt, auch in meinem persönlichen Umfeld, wo viele reingehen. Wenn man mehr als etwas anklicken kann, dann würde ich empfehlen, dünn ein bisschen mehr anklicken als nur etwas. Genau. Also die Leute, die den Hösi-Test wollen, können bestehen. Und wie gesagt, das ist nicht so. Also ihr meint jetzt, das sei reiner Witz, aber ich kann euch sagen, das wird ernst. Das ist wichtig. Dann müsst ihr bestossen, das könnt ihr euch vergessen. Wer kein Hösi will sein in der Schweiz, muss den Test vollführen und dann merkt er, ob er ein Hösi ist. Und er kann sich dann immer noch bessern. Er kann uns auch anrufen, wir geben dann sogenannte Anti-Hösi-Kurs. Das sind wie Anti-Schleuder-Kurs. Die sind sehr beliebt. Wir machen dann die vielleicht auch in Pontusina oder irgendwann im Winter oben, damit ihr merkt, wie das ist, wenn man als Hösi muss schlottern. Nein, gut, das ist wichtig. Und wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt oder vor allem Anregungen, bessere Fragen, wirklich die absoluten, definitiven Hösi-Anti-Hösi-Fragen, bitte stellt die uns und schreibt uns auf berneifach-at-nebelspalter.ch. Übrigens, die Adresse müsst ihr euch sowieso merken. Da könnt ihr uns einfach auch zusammenscheissen, nach allen Formen des Anstands natürlich. Ihr könnt uns zusammenscheissen, ihr könnt uns Anregungen schicken, und ihr könnt uns Fragen schicken, die wir dann beantworten und so weiter. berneifach-at-nebelspalter.ch. Gut, wir kommen zum heutigen Tag. Heute war Bundesratssitzung, wie immer am Mittwoch. Und der Bundesrat hat leider Sachen beschlossen, die uns keine Freude machen. Dominik? Ja, wir haben es gestern ja schon angekündigt. Heute hat der Bundesrat über PESCO gesprochen. Und das ist das Permanent Structured Cooperation von der EU. Das ist ein Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Streitkräften der Europäischen Union 2017 ins Leben gerufen. Und jetzt 60 Projekte insgesamt gibt es dort. Die Schweiz macht jetzt bei zwei so diesen PESCO-Projekten mit. Der Bundesrat hat das heute beschlossen. Ja, es hat offenbar einen Mitbericht gegeben. Ich gehe davon aus, es waren zwei SVP-Bundesräte plus jemand anderes, der da etwas dagegen hatte. Das hat nicht gelangt. Es ist ja offenbar der eine Mitbericht eher so ein bisschen Fragen gewesen. Etwas hat man aber immerhin verhindern können. Wir haben gut informierte Quellen gesagt, dass Frau Amherd eigentlich das Gefühl gehört, sie könne das allein beschlossen und sie müsse den Bundesrat gar nicht fragen. Und so wie es jetzt aussieht, ist es schon so, dass sie bei jedem Projekt dann wieder den Bundesrat muss fragen. Andererseits ist das auch irgendwo durch jetzt ein Durchbruch. Wenn man mal bei zwei Projekten teilnimmt, das ist ja das Bedenken von den Kritikern, dann kann man ja nicht sagen, wir machen dann nie bei einem anderen mit. Es ist wie eine abschüssige, schleimige Wand, wo man irgendwie immer mehr abrutscht weg von der Neutralität. Genau, das ist also schon, muss ich sagen, das ist ein Präzedenzfall, oder? Also neutralitätspolitisch ist das eigentlich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Hätten wir jetzt nicht sollen machen. Ist auch unnötig, weil die zwei Projekte, ich bin überzeugt, die werden etwa so bedeutend sein wie gemeinsames Schuhputzen. Mit den Deutschen zum Beispiel Schuhputzen, da kann man viel lernen, das ist klar. Oder mit den Österreichern miteinander Skifahren. Nein, das ist birrenweich, wenn man von 60 Projekten zwei mitmacht, da hat man schon jetzt das Gefühl, das ist nichts, da geht es nur darum, eben eine Bresche zu schlagen und die Leute ein bisschen daran zu gewöhnen, dass Neutralität im Departement Amherd nichts mehr wert ist. Ich wiederhole mich, Frau Amherd, zurücktreten, 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 es reicht, es ist genug, Briege ist in schönen Orten, viel schöner als in Bern, treten sie endlich zurück, bevor die Armee völlig kaputt ist. Markus, ich befürchte, wenn du immer wieder sagst, sie soll zurücktreten, dann macht sie es eben genau nicht. Wir sollten das gleich... Das ist die tiefe Absicht, dass die arme Frau, die wahrscheinlich arme Frau ist, nicht mehr gehen kann. Nicht mehr gehen kann und ob jetzt die Mitte nachher einen Nachfolger oder Nachfolgerin hat, die viel, viel besser ist, wissen wir nicht. Es geht ja immer etwas Grundsätzliches. Es geht darum, dass wir eine Armee brauchen, die aufgerüstet wird und wir brauchen jemanden, der Freude hat am Militär und der man das spürt und der ganz sicher nicht gemeinsames Schuhputzen mit den Deutschen in den Vordergrund stellt, sondern der einfach zuerst mal sagt, hey, zuerst müssen wir uns mal aufrüsten, dass wir so gut sind, dass uns alle Leute umwerben und alle sagen, hey, wir würden gerne mit euch kooperieren und nicht umgekehrt. Vielleicht noch, was die zwei Projekte sind. Das erste heisst Military Mobility und zielt gemäss Medienmitteilung darauf ab, ich zitiere, dank standardisierten administrativen Abläufen die militärische Mobilität auf europäischem Territorium zu vereinfachen. Also, dann fährt man mit Lastwagen vielleicht umeinander und dann zusammen am gleichen Ort tanken, dann ist das standardisiert, glaube ich. Es hat gerade Stationen, Entschuldigung, es hat natürlich nicht mehr tanken, sondern man lernt, miteinander die wenigen Stationen in Süditalien suchen. Ich habe gerade vorher mit einem zusammengesessen, der Apulie sehr gut kennt und mir erzählt hat, wie lustig das ist, wenn man mit einem E-Auto in Süditalien versucht, sein Auto wieder aufzuladen, an den Stationen miteinander anfahren, mit dem Panzer nach El Adalo und auf Frau Amherd anstossen. Das ist das erste Projekt. Ein zweites Projekt? Heisst Cyber Ranges Federation, das klingt so ein bisschen wie ein, ja, wie ein Hippie, ein Hippie-Camp. Das will die, ich zitiere wieder, weil am besten tut man es zitieren, weil sonst macht man irgendeinen Fehler. Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cyber-Verteidigung zu verbessern, das ist ja auch okay. Und so ein Cyber-Range steht dann weiter unten, ist eine Computersimulationsumgebung und die tut man von mehreren Ländern miteinander verbunden werden, da wünsche ich viel Vergnügen. Ein IT-Projekt vom Bund, das kostet immer 100 Millionen und funktioniert am Schluss nicht, oder? Aber das ermöglicht die Qualität der Ausbildung und die Interoperabilität sowohl aus technischer als auch aus organisatorischer Sicht zu verbessern. Ja, Interoperabilität vor allem wahrscheinlich mit Leuten, die eine Cyber-Attacke machen, oder? Genau. Also die Leute, die sind ja schon auf TikTok, die können ja miteinander TikTok spielen oder miteinander gamen. Nein, also wenn man jetzt die Projekte wieder anschaut, für das, für das geben wir also Neutralität auf. Und für das tut auch die Viola Amherd einen innenpolitischen Widerstand organisieren, den sie jetzt eigentlich nicht brauchen kann, weil im Prinzip sollten ja die Bürgerlichen jetzt zusammenstehen und sagen, wir müssen jetzt die Armee aufrüsten. Wir brauchen viel Geld und wir brauchen für das eine satte Mehrheit. Und was macht die Bundesrätin? Sie macht alles, damit sie wegen solchen zwei Schrottprojekten, solchen Pfadilagerprojekten, wegen denen tut sie natürlich jetzt den Superwiderstand von der SVP auslösen. Schon passiert. Und das führt dazu, dass man sich nirgendwo darauf einigen kann, dass man irgendwie vielleicht die Armee noch aufrüsten könnte. Noch einmal, gehen Sie auf Priege und bleiben Sie dort. Noch ein letzter Punkt, den ich erwähnenswert finde, und man hat natürlich mit meiner persönlichen Betroffenheit zu tun. Das ist wirklich ein wichtiger Entscheid, aber sie macht keine Medienkonferenz darüber. Und das ist ein bisschen typisch. Ich habe jemanden, natürlich nicht aus ihrem Departement, aber ich habe jemanden aus dem Umfeld gefragt irgendwie und die Person hat mir gesagt, ja, es ist sehr mühsam, weil sie eigentlich gar keine Medienkonferenz mehr machen möchte, Frau Hamherd. Sie hat keine Lust, für etwas anzustehen. Das ist auch nicht nötig in einer Monarchie, wie das Viola Hamherd vielleicht gerne hätte, aber ich muss ihr sagen, und sie weiss das besser als Oberwalliserin, der Bischof von Sitte ist, ich glaube, etwa im 14. 15. Jahrhundert entmachtet worden von den Oberwalliser. Und da sollte sie nicht zurückgehen. Sie sollte jetzt nicht Bischöfin werden und nicht mehr Auskunft geben wollen. Erinnert übrigens auch ein bisschen an Amerika. Das ist ja offensichtlich die neue Mode unter linken Politikern. Ich sage es, nein, eine linke Politikerin ist sie nämlich. Da hat mit Bürgern nichts zu tun, was sie da macht. Nein, ihr gebt einfach keine Auskunft mehr. Und Kamala Harris, die jetzt die neue Kandidatin der Demokratie hat bis jetzt keine einzige kritische Frage von Journalisten beantwortet. Das hat sich der Presse nicht gestellt. Da hat Viola Hamherd gefunden, das kann ich auch. Ja, genau. gehen wir zu einem anderen Thema. Bundesrat, kommen wir. Nein, es hat mit dem Bundesrat indirekt zu tun, aber es ist nicht aus dem Bundesrat, sondern aus der Zürich-Zeitung. Die Zürich-Zeitung hat einer der Besten, die Sie haben bei der Zürich-Zeitung Geschichte gemacht über die Nachfolge von André Simonazzi. Das war der Bundesratssprecher, der ganz, ganz unerwartet leider gestorben ist. Dominik, um was geht es da? Ja, er hat vermeldet, dass Urs Wiedmer, der Informationschef vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin, dass es dann nicht wird. Er sei, gemäss NSZ, nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch vorgeladen worden. Man hat ihm irgendwie bedeutet, das hat man so gerüchteweise auch gehört. Er sei halt ein Deutschschweizer und es müsse, weil das ging nicht, dass da jetzt auch noch ein Deutschschweizer wäre, die Bundesratssprecher. Es müsse jemand anderes sein. Komisch ist, das hätte man ja eigentlich dann auch bei der Ausschreibung irgendwie hinzutun und sagen, ja, Lateiner bevorzugt. Möglicherweise hat sich dann der Urs Wiedmer gar nicht zur Verfügung gestellt. Aber Ritmen, und es ist eben auch, wenn man ihn da nicht einmal vorlässt, also es ist nicht gut vom Bundeskanzler Viktor Rossi, grünliberal. Es läuft jetzt offenbar raus, gemäss NSZ, auf zwei Namen. Das ist der Pierre Gobe, er ist ein ehemaliger RTS-Journalist, der unter anderem in Zürich war, in Bern, sowie in den USA und heute Kommunikationschef ist von der Ständigen Mission der Schweiz bei der UNO in New York. Jawohl, das ist bei einer guten Freundin von Bern, einfach bei der Botschafterin Pascal Bereswil. Und die zweite Person ist der Andrea Argi Diakono. Der W wird genannt als Anwärter, er ist, wie man vermuten, ein Tessiner und hat aber nicht viel mehr vorzuweisen, als einmal Mediensprecher gewesen zu sein von der Bundesrat Ruth Dreyfuss und Pascal Gouspin. Beide gelten gemäss NSZ als externe. Und warum ich das so lange ausführe? Weil, du musst dir vorstellen, der Bundeskanzler ist schon schwach, vor allem im Vergleich zu seinem Vorgänger Walter Thunheer. Und jetzt die eine Vizekanzlerin, Salzmann gilt als schwach. Und wenn zwei Externe kommen, die noch nicht auf Departementsebene Sprecher oder Informationschef gewesen sind, aber nicht Informationschef und nicht kürzlich, dann wird das ein schwacher Bundesratssprecher. Und das wird ein bisschen lustig dann. Gut, dann muss ich sagen, das ist super. Nehmen den Unfähigsten, das finde ich sowieso grundsätzlich Sinn. Uh, ich weiss nicht, Markus. Gewaltig ist sowieso das Problem in unserem Land. Und ich muss sagen, ich weiss, da werden jetzt ganz viele Leute wieder aufjucken, wir brauchen gar nicht die besten Leute in der Verwaltung, wir brauchen die besten Leute, die Start-up gründen, wir brauchen die besten Leute in der Forschung, wir brauchen die besten Leute, die Unternehmen gründen, wir brauchen die besten Leute in der Wirtschaft, wir brauchen dort Leute, die dafür sorgen, dass der Wohlstand von der Schweiz bewahrt wird und wir brauchen keine guten Beamten. Das ist nicht nötig, durchschnittliche Beamten ist gut, mittelmässige Leute, bitte alle auf Bern, gehen in die Bundesverwaltung, Bundesratssprecher, bitte die schlechtesten Journalisten, die wir überhaupt haben, können euch alle melden, da gibt es viel, könnt ihr eure Liste geben, wenn ihr wollt, könnt ihr schicken, dann schicke ich euch die Liste. Nein, jetzt Spass beiseite, es ist nicht so ein Problem, bei der Bundeskanzlei muss ich jetzt ehrlich sagen, es ist sogar gut, wenn nicht mehr so brillante Köpfe in Walter Turnherr die leitet, weil die Bundeskanzlei ist viel, viel zu stark geworden, die hat sich viel zu viel rausgenommen und es ist nur zu begrüssen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Dominik, ich finde es kein Problem, ich finde es auch ganz so gute Idee, dass sie einen Latiner bringen, weil die meisten Journalisten sind ja aus dem Welschland und aus dem Tessin, während die Deutschschweiz, die ja ein kleiner, kleiner Bereich ist von unserem Land, wirklich nur zwei Drittel vom ganzen Land hat und auch alle wichtigen Verläge hat und alle wichtigen Medien, das ist nicht so wichtig, sondern könnt doch bissegut Lugano bedienen, das finde ich super, macht das und ich meine es ganz ernst, bissegut, weil die Bundeskanzlei nimmt sich sowieso viel zu viel raus, sie ist kein Departement, sie ist auch nicht die Führung von der ganzen Regierung, sie ist nicht die Führung von der ganzen Verwaltung, es ist eine kleine, kleine Dienstabteilung gewesen, ein Backoffice, wo ein paar Assistentinnen gehockt sind und dann Libyrev geschrieben haben, das wollen wir wieder zurück zu den Roots, das wäre so 1890, Stand 1890 von der Bundeskanzlei, das ist unser Ziel. Ja, ich sehe es leicht anders, aber grundsätzlich ja, es hat, es hat, es hat, es ist jetzt du das anders, nein, weisst du hast die zwei Starken, Simonazzi und Dunne, das sind beide starke Persönlichkeiten, das haben wir ja auch bekritisiert, dass sie zu stark sind, aber ich bin eigentlich mir ziemlich sicher, dass zwei Schwache dort an der Spitze nicht besser sind, sondern eher noch schlechter. Gut wäre ein bisschen etwas, wenn man das ein bisschen ausgleichen würde, der eine Person wäre schwach, der andere stark, oder so, aber ja. Nein, ich bleibe dabei, bitte alle schlechten Leute in die Bundeskanzlei, wenn ihr unbehebbar sind, wenn ihr schlechte Noten gemacht habt in der Schule, wenn ihr gemobbt worden seid und wenn ihr in keinem Medium irgendeine anständige Karriere gemacht habt, geht in die Bundeskanzlei, ein bisschen gut, gehen in die Bundeskanzlei, könnt ihr euch werben. Ich würde einfach sagen, sie müssen einfach den Hösitest, den Anti-Hösitest bestehen, dann könnt ihr eigentlich überall hin, finden wir in die Bundesverwaltung. Nein, im Gegenteil, wir brauchen doch Hösis im Bundeskanzlei. Nein, wir sind dort, wir haben gerade gerne Hösis. Nein, ist ja gut. Gut, wir müssen uns nicht einig sein, wir kommen jetzt zu anderen Themen und wir haben wieder mal ein paar regionale Themen ausgegraben, die uns allen Freude machen, wie es eben auch zeigt, der schweizerische Föderalismus lebt, auch in den Kantonen passiert viel Unsinn. Das ist das Ergebnis vom Föderalismus. Es geht um unseren Lieblingskanton, den Kanton Bern. Was ist dort passiert, Dominik? Ja, wir gehen von West nach Ost fangend in Bern an. Das war eine gute Entwicklung. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat man Gutsche eingeführt für Kinderbetreuung. Das war eine Idee von den Grünliberalen und von der Mitte. Man hat sie gegen den Widerstand von links eingeführt, also dass Subventionen an die Eltern gehen und sie können dann im freien Wettbewerb wählen, welche Kita, sie für ihre Kinder nehmen. Das hat sehr gut funktioniert, weil es zu einem Wettbewerb geführt hat. Oh Wunder, es ist immer das Gleiche. Jetzt ist aber das Problem, die städtischen Kitas, die haben mit dem Wettbewerb ein Problem, weil sie offensichtlich nicht so gut sind. Und was will jetzt Sozialdirektorin Franziska Theuscher, Grünes Bündnis, früher einmal Nationalräutig, was will sie machen? Ja natürlich, sie will die städtischen Kita quer subventionieren, damit sie einen Marktvorteil haben. Und das ist typisch, oder? Weil der Staat ein Angebot macht, das niemand will, muss man es dann trotzdem finanzieren, auch wenn es niemand braucht. Genau, das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel und vor allem ist es auch ein gutes Beispiel, das mich mit sehr grossen Genugtuung erfüllt. Wir haben das eigentlich erlebt, wie das in Bern war, als wir auf Bern zogen sind, 1999, das ist auch schon lange her, da haben wir auch eine Kinderkrippe gebraucht und eine Kinderkrippe gefunden. Und das ist eine fantastische Kinderkrippe gewesen, geführt von einer jungen Frau, damals etwa 25, die hat die Kinderkrippe selber auf die Beine gestellt, eigene Unternehmung gegründet, ihr seines gute Krippe gewesen und was die uns erzählt hat, wie sie damals schon von den städtischen Behörden fertig gemacht worden ist, wie sie handicapiert worden ist, wie man immer geschaut hat, dass die städtischen, subventionierten Krippen einen Wettbewerbsvorteil haben oder einen solchen Vorteil, das ist so unheimlich, beelendend gewesen und ich möchte es betonen, ich bin dort noch beim Tagesanzeiger gewesen und es ist eines der ersten grossen, wichtigen Ereignisse gewesen, das mich dazu gebracht hat, dass ich gefunden habe, vielleicht, vielleicht haben die Linken nicht immer recht, vielleicht solltest du nicht immer SP wählen, wir haben dort immer noch schöne SP gewählt, nein, es ist ein gutes Beispiel gewesen, wie man den Wettbewerb in der Kinderkrippe Industrie von Anfang an systematisch kaputt gemacht hat, unterbunden hat, dabei wäre das eine so eine irrsinnige Branche gewesen für eben tüchtige, junge Leute, über Frauen oder einen Mann, wo man ein Angebot hätte können können, wo nämlich den Markt hätte wollen, wir alle haben wirklich Kinderkrippen gesucht, man hätte Geld können machen mit dem, aber das passt den Sozialdemokraten nicht, sie wollen immer, sie wollen immer, dass der Staat drin ist, dass man niemand Geld verdienen kann, sondern dass man nur Geld ausgeben kann. Gut, gehen wir zu einem anderen Kanton, anderes Thema, ja, Kanton Zürich hat auch wieder eine unglaublich geniale Idee gehabt, das ist wirklich, ich muss jetzt ehrlich sagen, man kann sich einfach nur noch schämen, wenn man in diesem Kanton lebt, um was geht es? Es ist aber die Stadt, zum genau zu sein, die Stadt will ja bis 20... Entschuldigung, jetzt die Stadt Zürich machen, sie will Dutzende von Millionen von Franken ausgeben, um CO2, die anfallt, beim Verbrennen von Klärschlamm oder von Abfall ein bisschen später, auszuscheiden, zu verflüssigen und in der dänischen Nordsee zu versenken. Dort kann man das machen, auf irgendwie 2000 Meter unter einem Meeresspiegel, das ist aber sehr wenig, wo man, das ist also wie nur ganz wenig im Verhältnis zum CO2-Ausstoss und das Verrückteste ist, das kostet nicht nur wahnsinnig viel, sondern man muss ja das noch dort raufbringen und wegen dem, damit man das auf Dänemark bringt, das CO2, das Flüssige, werden in Zukunft, also die Stadt rechnet damit, dass 5 bis 7 Lastwagen pro Tag das Werthölzli in Zürich Richtung Norden verlassen werden. Ein befragter Klimaforscher sagt aber, ja, das sei trotzdem, das sei trotzdem sehr gut, es führt aber dazu, dass der Abtransport und die Einlagerung wieder 10% vom CO2 verbrauchen, den man eigentlich einsparren wollte. Genau, aber das ist eine gute Idee, wir gratulieren den rot-grünen Stadt Zürich, aber das ist ja so, die Heimat von allen Irrsinnigen mittlerweile, auch das ein bierreicher Vorschlag, aber es zeigt auch eben die Verzweiflung, du hast am Anfang gesagt, die Klimaneutralität, das wird ganz, ganz schwierig und ich bin überzeugt, in zwei, drei Jahren wird man herausfinden, dass in der Nordsee plötzlich irgendwelche Fische nicht mehr leben können, weil sie zu viel CO2 hat in der Nordsee oder irgendwelche Krebsen kommen und sich beklagen bei den dänischen Behörden und dann wird rot-grün Zürich den WWF fragen, was sollen wir machen und am Schluss sagt der WWF, zahlt uns einfach ein bisschen Geld, damit wir sonst irgendeinen Unsinn können machen. Es ist wirklich etwas, wo man eigentlich entweder nur noch lachen oder man kann auch nur einfach kotzen, man kann es eigentlich wählen, was man will. Es ist eine so dumme Politik, die hier geführt wird von Leuten, die ja das Gefühl haben, sie sagen sehr intelligent, gehen wir zu einem letzten, nein, jetzt kommt das schlimmste Thema, muss ich auch sagen, der Kanton Schweiz, einer der famosen, der formidablen, der grössten, der besten Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft seit genau 1291, wir sind so stolz und du bist sogar noch Schweizer, erzähl, was da passiert ist. Ja, ich bin schockiert, ich habe gestern auf der Heifahrt spät am Abend im Zug gesehen, der Kanton Schweiz sucht einen Leiter, Doppelpunkt in, für eine Klima-Fachstelle, die Person darf männlich, weiblich oder divers sein, 80 bis 100 Prozent ist die Beschäftigung, den Vorteil, den man hat, es ist eine sinnstiftende, ich zitiere wieder, sinnstiftende Tätigkeiten im Herzen der Schweiz. Nein, das steht nicht. Das steht. Sinnstift. Ja, ja, inmitten schöner Natur- und Erholungsgebiete, also du musst gar nicht so viel schaffen, du musst einfach ein bisschen gewandern. Was ist denn los? Dann, abwechslungsreiche, herausfordernde und interessante Arbeit mit kurzen Entscheidungswegen, okay, gut. Dann, ein vielfältiges und umfangreiches Weiterbildungsangebot mit grosszügiger Unterstützung, ich empfehle, machen Sie die Jagdprüfung zum Beispiel, könnte man machen, oder? Dann, attraktive Sozialleistungen, Pensionskassen und Papi, Papo, das können Sie bewegen, kommt dann, man kann Klimafachstellen führen, man ist die verwaltungsinterne Ansprechperson für klimaspezifische Fragestellungen und so weiter und so fort. Ich bin schockiert, der Kantonschweiz braucht keine Klimafachstelle und das Lustige ist, ich habe dann das vertwittert, sehr ein erfolgreicher Tweet und dann hat ein Basler FDP, ich glaube, Grossrat, hat darunter geschrieben, offenbar tut man in Basel gerade die Klimafachstelle, die der Bundesrat Beat Jans damals als Regierungspräsident gegründet hat, einer externen Evaluation unterziehen, weil man nicht sicher ist, ob sie überhaupt etwas wirkt und in dem Moment tut mein Kanton einer solchen Fachstelle eine Leiter insuchen, statt das abzuschaffen. Das ist tragisch, das ist wirklich tragisch. Bitte, jemand in der Schweiz muss etwas unternehmen. Ja genau, also ich meine, wie das schon im Inserat so ausgeschrieben wird, dass man das Gefühl hat, da geht es nur um selbst wirklich und Freizeit und Work-Life-Balance muss man sich nicht wundern, wenn da irgendwelche absolut undurchschnittlich begabte, faule Sierer sich melden gehen. Aus Basel Fringe Benefiz ist gratis Kita in pfeffigen Schweiz, wunderschönen Ort pfeffigen Schweiz, geht da schauen, wie schön das ist für eure Kinder, die werden dann sofort überfahren an der Autobahn und man kommt vegane Kantinen gibt es natürlich mittlerweile im Kanton Schweiz, es gibt einen Tesla gratis für so eine wichtige Fachstelle. Nein, hört auf, was ist los mit dem Kanton, bisser gut. Also nein, wenn wir so weit sind, dann ist das Ende der Eidgenossenschaft nahe, aber Bern einfach ist auch am Ende, das war es an dem 21. August 2024, Tomi Fausi und Markus Somm auf Bern einfach puffbern auf nebelspalter.ch Wenn ihr diese Art von Journalismus unterstützen möchtet, abonniert uns auf nebelspalter.ch Das würde uns sehr freuen. Zweitens, denkt daran, den Hösitest, den müsst ihr jetzt heute bestehen, sonst sieht es nicht gut aus. Oder ihr könnt euch sofort in der Bundeskanzlei bewerben um Bundesratssprecherstelle oder noch besser im Kanton Schweiz. Das ist eine Stelle, die nach 100% bezahlt werden für 3% Arbeit, das ist okay. Und was auch noch wichtig ist, das ist jetzt am dritten Atem mal gesagt, ihr könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, wünschen wir einen schönen Abend, bis morgen, gleiche Zeit. Nein, 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 nicht gleiche Zeit, sondern wir machen morgen Wintertour. Bern einfach live in Wintertour kommen vorbei. Wir haben schon sehr viele Anmeldungen, aber 2, 3, 4, 5 Leute können noch kommen. Und das wird live sein, das wird ab 6 Uhr sein, deswegen kommt Bern einfach auch ein bisschen später morgen. In dem Sinn, haben Sie es gut und wir hören uns morgen wieder. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. also nicht mehr. wir sehen uns über 5, 5, 5, 6, 5. Und das ist das ist ein schönes Leben,